Die Baugenossenschaft Familienheim. 50 Jahre Wohnungsbau für die Familie. Das Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Die Bedeutung des Wohnens geht aber weit über den Rang eines bloßen physiologischen Grundbedürfnisses hinaus. Das Haus bietet nicht nur Schutz, es ist vielmehr zentraler Ort fundamentaler Lebensvorgänge. Nach dem Zweiten Weltkrieg war überall der Wille zum Neubeginn da, so auch bei den Menschen im Schwarzwald und auf der Bar. Spürbare Taten konnten aber erst nach der Währungsreform im Jahre 1948 erfolgen und schon ein Jahr später war klar, dass sich die Deutschen auf dem richtigen Weg befinden. Die Vorbereitungen zur Gründung der Baugenossenschaft waren auch in Willingen so weit gediehen, dass am 19. September 1949 die Baugenossenschaft Neue Heimat gegründet werden konnte. Vom Bauen hatten alle nur wenig Ahnung. Was die Männer der ersten Stunde beseelte, war der Wille und die Bereitschaft, anderen zu helfen. Erste Bauprogramme wurden in Angriff genommen. Bereits im Jahre 1950 konnte in Villingen der erste Spatenstich für 50 Eigenheime gesetzt werden. Nach den ersten Kostenvoranschlägen lagen die Baukosten pro Eigenheim bei 14.000 Mark. Jeder Siedler musste 1.000 Mark als Eigenmittel zur Verfügung stellen und weitere 1.000 Mark Eigenleistungen erbringen. Das war der Grundstock für die ersten Eigenheime. Die Verwaltung der Genossenschaft lag in Händen des katholischen Volksbüros. Die Tätigkeit war ehrenamtlich. Die ersten Siedlungen sind im Wesentlichen mit viel Eigenarbeit erstellt worden. Nicht nur die Siedler selbst, die später einzogen, sondern auch Vereine wie Kolping, katholische Jugend und andere Organisationen stellten sich uneigennützig zur Verfügung und nahmen durch Eigenarbeit an der Erstellung der ersten Eigenheime teil. Von den ursprünglichen 46 Gründungsmitgliedern ist die Zahl bis heute auf über 4.800 angestiegen. Und gemeinsam haben sie Geschäftsanteile von über 14 Millionen Mark bei der Genossenschaft einbezahlt. Die gemeinnützige Baugenossenschaft Neue Heimat siedelte sich in 28 Orten der Erzdiözese Freiburg an. So entstand eine eindrucksvolle Baubilanz, wie sie nach dem Krieg wohl von keiner anderen Organisation im badischen Landesteil erbracht wurde. Bis heute hat diese Vereinigung über 75.000 Wohnungen gebaut. Mit Wirkung vom 20. November 1982 legte die Genossenschaft den bisherigen Namen Neue Heimat ab und benannte sich um Infamilienheim. Diese Maßnahme war notwendig geworden, um den zahlreichen Verwechslungen mit der in Konkurs geratenen gewerkschaftseigenen Neue Heimat Baden-Württemberg ein Ende zu machen. Die Baugenossenschaft Familienheim versteht ihre Tätigkeit als praktische Ausformung gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und christlicher Sozialprinzipien. Darunter versteht sie den Bau familiengerechter Eigenheime, Schaffung von Wohneigentum, das Bauen und Verwalten von ausreichenden Mietwohnungen, die zu sozialverträglichen Konditionen zur Verfügung gestellt werden, Vertretung der Anliegen der Genossenschaftsmitglieder durch Zusammenarbeit mit Menschen aus Politik, Kirche und Wirtschaft, Insbesondere mit dem Verband Baden-Württembergischer Wohnungsunternehmen und dem Siedlungswerk Baden. Mit ihrem Engagement trägt Familienheim zur Stabilität einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung bei. Damit verpflichtet sie sich zur Bestandserhaltung und zur energetischen Wertverbesserung der Genossenschaftshäuser. Das wohnungswirtschaftliche Leistungsspektrum umfasst heute einen umfangreichen Service aus einer Hand bei Neubau, Modernisierung und Sanierung. Sie kümmert sich um die Planung, Finanzierung und Erstellung von preiswerten und familiengerechten Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Mietwohnungen. Hierzu gehören nicht nur sozialer Wohnungsbau und Eigenheime, sondern auch der Bau von Versorgungs-, Infrastruktur- und Gemeinschaftseinrichtungen, sowie das Bauen von Kindergärten, Gemeindehäusern, Altenheimen, Ladengeschäften und Gewerbeflächen. Die Familienheimobjekte Die Familienheimobjekte sind nicht nur von Grund auf solide, sie sind auch durch den Einsatz energiesparender Heizungssysteme besonders umweltverträglich. Zukunftsorientiertes Gebäudemanagement ist nicht nur ein Schlagwort, sondern reale Wirklichkeit. Ganze Straßenzüge, ja sogar ganze Stadtteile hat die Familienheim mitgestaltet und damit städtebauliche Akzente gesetzt. Am 21. September 1993 fusionierte die Baugenossenschaft St. Georgen mit der Familienheim. Diese vernünftige Entscheidung hat bis heute wohl noch niemand bereut. 50 Jahre Erfolg sind 50 Jahre Verdienste der Vorstände, der Aufsichtsräte und des Personals. Sie alle haben mit dazu beigetragen, dass die Baugenossenschaft Familienheim heute ein gesundes und leistungsfähiges Wirtschaftsunternehmen ist. Stellvertretend für alle gilt jedoch einem Mann ganz besonderer Dank und Anerkennung. Ewald Merkle. Er war gemeinsam mit Karl Brachat, Albert Haas und dem ersten Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Josef Astfeller einer der Gründerväter. Und er war auch 40 Jahre lang bis zu seiner Pensionierung unermüdlicher Motor des Unternehmens. Auch heute begleitet er noch wohlwollend die Aktivitäten seiner Nachfolger. Die Wohnungsnot wurde erfolgreich bekämpft. Der Neubauboom ist abgeebbt und auch die Wohnungsengpässe. Die Führungsmitglieder der Genossenschaft sind sich der Verantwortung der Gründerväter bewusst. Neben bedarfsorientierter und kostengünstiger Neubautätigkeit für die Familie steht mehr denn je die Bestandserhaltung im Vordergrund. Aber auch die Gestaltung des Wohnumfeldes, soziale Hilfestellungen, das Eintreten für die Erhaltung von Grundprinzipien im Umgang miteinander, sowie Partner für Handel und Gewerbe zu sein, gehören heute zum Aufgabengebiet der Verwaltung. Vorstand der Genossenschaft ist seit 1990 Klaus Merkle, der tatkräftig von seinen Mitarbeitern unterstützt wird. Das seit jeher gute und vertrauensvolle Verhältnis zwischen dem Aufsichtsrat unter Theo Kühn und dem Vorstand hat ganz erheblichen Anteil am Unternehmenserfolg. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend, in das die Baugenossenschaft Familienheim mit viel Zuversicht schaut. Sie wird sich den Aufgaben und Herausforderungen stellen. Sie wird sich auch den Erfordernissen anpassen, dabei aber nicht ihre Prinzipien aufgeben. Sie wird auch weiterhin für ihre Mitglieder und Mieter, heimischen Handwerker und Geschäftspartner ein zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner bleiben. Sie setzt sich auch in Zukunft für preiswertes und gutes Wohnen ein. Die Baugenossenschaft Familienheim gestaltet an einer menschengerechten Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit. Sie wird sich auch in Zukunft für die Nachkommen mit.